Harpo, im Schlagerspaß, ein sehr angenehmer Zeitgenosse, das kann ich Ihnen sagen. Schön, dass du da bist und wir haben jetzt, wir standen jetzt hier und haben schon das Mikrofon gehabt. Buenas noches. Mu, wie ist da? Mu, wie ist da? Wollten wir singen? Sehr bekannt. Das kommt gleich, das kommt gleich. Vorfreude ist ja auch eine schöne Freude. Auf jeden Fall. Oder? Meine Damen und Herren, ich stehe hier neben unserem Seminar. Freut mich für dich zu sein. Du bist vor vielen Jahren aus deiner Heimat Argentinien mit einem One-Way-Ticket ohne Rückflug nach Europa geflogen. Bist Gott sei Dank da hängen geblieben. Wir sind sehr, sehr stolz. Wir beide singen jetzt ein Lied, das haben Sie sich gewünscht. Wir haben uns die Briefe angeschaut. Genau. Wo stand, sing doch wieder einmal gemeinsam und da passt heute zum Frühlingsbeginn eines der schönsten Lieder der Welt. Ein Friedenslied, ein Frühlingslied. La Paloma. Die Briefe angeschaut. 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 Das war's nicht nur die Briefe angeschaut. Die Briefe angeschaut. Die Briefe angeschaut. Seh' ich auf andere Menschen und fremde Sterne, denk' ich an dich und grüße dich aus der Ferne. Bin ich auf weit im sonnigsten Land der Erde, weißt du, dass ich dich niemals vergessen werde? La Paloma, oh hey, einmal müssen wir gehen, einmal schlägt uns die Stunde der Trennung, einmal komme ich zurück. La Paloma, oh hey, einmal müssen wir gehen, einmal schlägt uns die Stunde der Trennung, einmal komme ich zurück. Toda, oh hey, einmal müssen wir gehen, La Paloma Hohe, einmal müssen wir gehen, einmal schlägt uns die Stunde der Tränung, einmal komm ich zurück. Vielen Dank, dass ich mitsingen durfte. Sie ahnen nicht, wie angenehm es ist, in seiner Aura zu stehen, diese Ausstrahlung zu spüren, ich freue mich jedes Mal, wenn du vorbeischaust. Immer wieder, immer wieder gerne. Und wir kommen jetzt zur Jukebox.